Hallo Sportsfreunde und CFR-Anhänger. Ja, mein Name ist Vladi Pavlic und ich bin hauptberuflicher Personal Trainer und Athletiktrainer vom CFR Pforzheim. Ich melde mich hier in diesem Video bei euch, weil ich auf die Crowdfunding-Aktion vom CFR Pforzheim hinweisen möchte. Da brauchen wir eure Spendengelder, damit wir die Sprecherkabine endlich bauen können. Ja, ihr könnt natürlich auch was gewinnen, wenn ihr spendet. Und zwar, wenn genug Geld zusammenkommt, könnt ihr ein Fitness- und Athletiktraining gewinnen oder ersteigern mit mir und der ganzen Mannschaft. Ob das eine gute Sache ist, das mag wohl dahingestellt sein, aber es macht auf jeden Fall definitiv Spaß. Deswegen, bitte spendet, bitte unterstützt diese Aktion. Link findet ihr noch in der Bio und die Aktion geht bis zum 31.10. Ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst auf dem Sportplatz sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Euer Personal Trainer und Athletiktrainer Vladi. Ciao!